Der Laufpirat. Alles ist gut, solange du laufen kannst. Die technische Seite. Mir ist leider ein Programm, mit dem ich da früher gearbeitet habe, ein bisschen weggestorben. Zum anderen habe ich auch hier bei mir hier so einiges in den letzten Wochen und Monaten umgerüstet. Ich möchte nicht zu tief darauf eingehen. Ich sage mal so, bei mir hat sich letzten Endes Windows fast komplett aus dem Haushalt verabschiedet. Bei mir läuft nur noch alles auf Linux-Basis. Das ist immer so, für diejenigen, die nicht gerne mit Computern arbeitet, mag das sich auf den ersten Moment wie eine riesen Umstellung anhören. Allerdings, ich würde von meiner Seite her sagen, aus heutigen Gesichtspunkten, man sollte der Sache ruhig mal eine Chance geben. Weil, so weit weg von dem, was wir als Arbeiten am Computer kennen, mit Windows-Systemen, ist Linux schon lange nicht mehr. Also, ich sage mal so, wer auf clicky-bunt steht, wird auch in der Linux-Weltsehe gut bedient werden. Je nachdem, was für eine Version man davon wählt und wie man die ganzen Sachen einstellt. Also, wie gesagt, wer selber da in der Richtung mal was tun möchte und Interesse hat, kann das gerne ausprobieren. Aber darum soll es hier überhaupt nicht gehen. Bei mir in meinem Blog und auch in meinem Podcast geht es darum, um die Themen Übergewicht, Sport, Gesundheit, gesunde Ernährung und ein kleines bisschen Lifestyle, Lokalkolorit. Und, weil ich weiß, ich komme so ziemlich aus der Mitte Deutschlands, aus dem wunderbaren Werratal. Und, ich sage mal so, meine zweite Heimat, das ist irgendwie mittlerweile so oben die Nordseeküste geworden. Weil, ich sage mal so, ich habe es nicht so mit den Bergen, wenn man auf den Berg rauf geht, kann man wieder runterfallen. Das kann einem anderen auf der Küste nicht passieren. Da passiert es mir höchstens, wenn ich schwimmen gehe, dass ich dann von Greenpeace wieder ins Wasser gezogen werde, weil die mich für ein Wal halten. Aber, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das werden wir alles so mit der Zeit noch lernen. Ich bin auch nicht mehr ganz alleine hier in diesem Podcast. Nein, es sitzt hier niemand neben mir. Nur, irgendwie hat so eine komische KI bei mir Einzug gehalten. Alfred. Ja, wir kennen das doch alle. Da ist Tante Cortana, da ist Siri, da ist Alexa, um wie sie alle heißen und alle buhlen sie um uns. Ja, okay. Bei mir buhlt eben halt keine von diesen Dämlichkeiten, sondern bei mir ist es leider Alfred, der sie manchmal benimmt wie ein alter, mürrischer Butler. Ich bin Alfred, eine KI. Als Norberts Helfer und Butler hat man es nicht immer leicht. Aber irgendwer muss den Job ja machen. Zum Glück habe ich keine Gefühle, die man beleidigen kann. Na, 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 Alfred, also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ja, sei's drum. Ich habe wieder mit dem Laufen angefangen. Äh, da manch einer wird jetzt sagen, was, du, bei deinem Gewicht, das kann doch nicht gut gehen, du musst verrückt sein, du musst bekloppt sein. Äh, ja, äh, ich sag's mal so, ähm, bei einem Gewicht, was jenseits der 150 Kilo liegt, äh, sollte man sich zwei- oder dreimal überlegen, ob man das überhaupt wirklich so machen möchte. Äh, ich habe es mir mehr als ein- oder zweimal überlegt und ich habe mir dann am Ende des Tages gesagt, wenn ich nicht wieder anfange, wird es nicht besser. Es ist ganz einfach so, dass, äh, eine gewisse Belastung halt beim, äh, Training dabei sein soll und es geht für mich ja auch nicht darum, dass ich wieder mit einem Marathon oder irgendwelchen Blödsinn anfange oder mit irgendwelchen Wettkampfsport, sondern es geht nur darum, dass ich regelmäßig ein bisschen was für meine Ausdauer tue, dass vielleicht auch das ein oder andere Kilo davon schmilzt. Und, ja, ich weiß auch, zwischen schnellem Gehen und mein Lauftempo, da hat man nur ganz marginale Unterschiede. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ob jetzt eine Zahnwurzelbehandlung mit oder ohne Betäubung stattfindet, das ist auch nicht immer für jeden ersichtlich. Also, von daher, äh, heißt es für mich so ein kleines bisschen Augen zu und durch. Es ist für mich natürlich auch so ein kleines bisschen vom Vorteil her, weil, ich sag mal so, ich habe ein bisschen, äh, andere Belastungen als immer nur mit Gehen und, äh, Ja, äh, man schwitzt schon ein kleines bisschen mehr, ist ja alles so, genau so, wie ich es gerne haben möchte und haben wollte. Ähm, wenn ich mal irgendwo eine Passage habe, wo ich merke, dass mir vom Asthma her doch die Puste weg bleibt, dann gehe ich eben mal ein Stückchen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, so fangen normalerweise andere mit dem Laufen an. Wir kennen es ja, dieses Intervalltraining, von wegen zwei Minuten Laufen, eine Minute Pause. Gut, bei mir müsste man das Ganze andersrum drehen, aber genau so beginnt es für viele. Und viele haben, äh, eigentlich auch das Laufen eher aus einem ganz anderen Bereich angefangen, zum Beispiel über schnelles Gehen. Weil, äh, das hält man dann doch schon ein bisschen länger und einfacher durch. Und dadurch kann man auch, äh, in die Richtung des Laufens gehen, weil man dann irgendwann, äh, so da meistens dran gewöhnt ist, dass es einem einfach leicht fällt, äh, halt von diesem schnellen Gehen in einen Laufschritt zu über, äh, gehen. Äh, wenn ich jetzt mal ganz, äh, weit zurückdenke, vor über einem Jahr, äh, da hatte ich ein Problem. Wenn ich einen Brief geschrieben habe, wollte den zum Briefkasten bringen, waren die 30 Meter zwischen dem Auto und dem Briefkasten zu weit. Ich habe es kaum hingekriegt. Es waren meine Gelenke, die mir wehgetan haben, es war der Rücken, der mir wehgetan hat, das Asthma hat gepfiffen, es war einfach alles, war irgendwo irgendwie quer und im Weg. Ich bin dem Gehen dankbar. Ich bin im letzten Jahr sehr viel gegangen. Äh, und, äh, dadurch habe ich es auch wieder geschafft, dass ich wieder problemlos ein, zwei Stunden auch mal ohne Pause gehen kann. Wenn ich mich daran denke, meine ersten Runden um die Bruchteiche, da habe ich mich wirklich von Bank zu Bank gehächelt. Äh, und teilweise auch darüber geflucht, weil mir überall irgendwo an irgendwelchen Bänken, äh, die Anglampfen am frühen Morgen schon, äh, die Plätze weggeklaut haben. Heute mache ich da mittlerweile meine zwei, zweieinhalb Runden und die mache ich ohne, dass ich nur einmal einen Sitzstreik mache. Also es ist schon für mich ein grenzenloser Fortschritt, einfach auch, äh, von der Bewegungsfreiheit und von dem, was ich machen kann. Gut, jetzt werden die einen oder anderen, äh, kommen. Ja, aber deine Gelenke. Ja, das ist richtig. Beim Laufen wirkt das 3- bis 5-fache des Körpergewichtes auf die Gelenke ein. Allerdings sollte man die positiven Effekte nicht vernachlässigen. Durch richtiges Training können Muskeln aufgebaut werden, die die Gelenke bei ihrer Arbeit unterstützen. Es fördert das Herz- und Kreislaufsystem. Und nicht zuletzt unterstützt es bei der Gewichtsreduzierung. Und noch ein positiver Effekt. Sport schüttet Glückshormone aus. Warum also nicht mal morgens vor dem Frühstück eine kleine Runde laufen? Es muss ja nicht gleich ein Marathon sein. Ja, danke Alfred. Äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, ich habe ja das Ganze mit dem Abnehmen schon einmal hinter mir. So in den 2010er Jahren habe ich mich mal von 170 Kilo auf weit unter 100 Kilo verschlankt. Bin seinerzeit sehr viel gelaufen, von 5-10 Kilometer, Halbmarathon. Am Marathon habe ich mich versucht. Es hat leider nicht sollen sein. Mit Verletzungsbedingten musste ich in Berlin damals aussteigen. Aber ich habe sehr viel geschafft. Ich sage es auch ganz ehrlich. Es ist etwas, was ich in der heutigen Zeit nicht wieder möchte. Ich muss mich niemandem mehr beweisen. Falls ich mich da auch wieder erwarten, mal wieder bei einem Wettkampf wiederfinde. Dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ich diesen zum Spaß laufe. Einfach nur des Dabeiseinwollens. Ankommen, Strecke genießen, Spaß haben. Äh, die Zeiten, wo ich irgendwo die Hörner raus und jemand anderen hinter, von wegen ich bin schneller als du, sind vorbei. Ich sage mal so, ich schleppe genug an gesundheitlichen Problemen mit mir rum, als dass ich mir um so einen Blödsinn noch Gedanken mache. Aber ja, in der Zeit war es gewesen, dass ich regelmäßig morgens Sport gemacht habe. Vor dem Frühstück. Direkt morgens. Der Wecker hat noch nicht mal geklingelt. Der brauchte bei mir in der Zeit nicht zu klingeln. Irgendwie hatte ich so einen inneren Wecker, dass ich immer zur selben Zeit morgens aufgewacht bin. Und das erste war dann gewesen, Schlafanzug aus, Trainingsklamotten an, ab in die Laufschuhe und erstmal eine kleine Runde gelaufen. Das war in der Regel nur so eine halbe Stunde, aber das hat vollkommen gereicht. Ich bin dann hinterher leicht verschwitzt wieder hier angekommen. Bin dann das erste Mal im Bad verschwunden. Hab mich umgezogen, kurz geduscht, damit da nicht irgendwo einer mit müffelndem Geruch am Frühstückstisch sitzt. Hab genüsslich mein Frühstück da genossen, eine Tasse Kaffee war es in der Regel gewesen, Marmeladenbrot, das andere war ein Quarkbrot mit Kräutern, was mir auch seinerzeit immer sehr gut geschmeckt hat. Ja und dann bin ich an die Arbeit. Ich bin allerdings an die Arbeit gegangen mit dem Bewusstsein, ich habe heute schon was geschafft. Und das hatte wirklich eine positive Auswirkung, die über den ganzen Tag gereicht hat. Also, ich sag's mal ganz ehrlich, ja, es ist schon was dran. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Bei mir ist es mittlerweile leider so, dass ich morgens eigentlich immer so ein bisschen Roulette spiele. Es ist sehr unterschiedlich, wie ich morgens aus dem Bett komme. Mal ist es ein bisschen geredert, mal tut er irgendwo da Rücken zwicken. Also, es gibt dann auch andere Tage, da sticht es und pocht es doch mal ab und zu in der Herzgegend. Ich hab's manchmal auch, dass ich dann morgens schon mal pfeife wie eine Dampflok, weil meine Bronchen zu sind. Ach ja, es ist halt immer ein bisschen wie, als wenn man Lotto spielt. Und deswegen findet in letzter Zeit das Training bei mir in der Regel abends statt. Ich hab da so ein paar Seen gefunden, wo man so schöne Runden, so anderthalb Kilometer, einmal um den See rum und solche Geschichten machen kann. Ist wunderbar, macht viel Spaß und ich sag mal so, man sieht viel Natur. Es ist schön ruhig. Und hinterher setze ich mich ins Auto und genieße dann erstmal, dass ich da mal wieder was geschafft hab. Ja, und je nachdem, wie es dann ist. Es kann manchmal auch passieren, dass ich dann gar nicht direkt nach Hause mache, sondern nur ein kleines Stückchen weiter nach vorne an die großen Seen vorbeifahre. Da gibt es eine schöne Bank, da kann man dann zugucken, wie die Sonne hinter Meisner verschwindet. Also, es ist schon ganz interessant und ist schon ein schönes Programm. Ich hab natürlich dazugelernt, nur Laufen funktioniert leider nicht. Ich habe Probleme mit dem Rücken. Ich habe Probleme mit, ein bisschen mit der Hüfte und hier ein bisschen mit den Wörbeln. Da sind es ein bisschen die Muskeln. Ja, ich muss mittlerweile zugeben, dass ich halt ein bisschen Ausgleich brauche, wobei das für mich auch eine Sache ist, wo ich sage, Fitnessstudio muss nicht unbedingt sein. Man kann auch so sehr viel machen, das habe ich bei meiner Trainerin gelernt, dass man sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Man kann auch einfache Übungen mit Handeln machen, mit Zugbändern, mit einem, ja, teilweise mit einer einfachen Parkbank, wenn die ja irgendwo steht. Oder es braucht wohl irgendwo einen Stein zu sein, an dem man sich so ein bisschen halt dafür sorgt, dass man Dehnübungen machen kann und solche Geschichten. Ähm, und das bringt schon sehr viel. Und ich muss auch sagen, dass ich seitdem nochmal deutlich schmerzfreier geworden bin. Ich sag mal so, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich da vor etwa vier Wochen so eine kleine Runde gemacht habe, wo ich weit über zehn Kilometer unterwegs war, den hätte ich vor Jahresfrist, äh, verrückt gehalten habe. Gut, ich bin nicht die ganze Strecke komplett durchgelaufen. Zum Schluss war es mehr so eine Mischung zwischen Gehen und Laufen. Äh, weil dann einfach dann irgendwann die Distanz doch ein bisschen, äh, überschlagen hat. Aber ich war froh gewesen am Ende, dass ich das, äh, mal hinter mich gebracht habe. Ich sag mal so, eins meiner Ziele ist es, dass ich irgendwann wieder es schaffe, wie früher, sonntags morgens aufzustehen. Und dann verschwinde ich in Richtung Wandfried und auf der Rücktour geht es dann beim Bäcker hinten durch die Backstube. Obwohl, nee, das wird nichts mehr geben. Äh, auch der Bäcker macht mittlerweile früher auf. Äh, da brauche ich nicht mehr durch die Backstube durch, sondern dann geht es doch vorne durch den Laden. Aber, äh, so in der Art, äh, hoffe ich, dass ich wieder was hinkriege. Zumal außerdem, ich backe mittlerweile meine Sachen alle selbst. Bei mir haben sich dann doch gesundheitlich so ein paar Unverträglichkeiten aufgetan. Wo es dann halt dafür, äh, für mich ein Vorteil ist, vieles selber zu machen und, äh, da eben etwas für meine Gesundheit zu tun. Kommen wir doch nochmal auf das Thema Laufen und Gewichter zurück. Tja, Laufen und Gewicht. Das ist ein Thema, wo man da wirklich sagen muss, hm, könnte zu Problemen führen. Man muss sich ja immer die Gedanken dabei machen, dass ich ja einiges mit mir rumschleppe und dass das natürlich auch, äh, nicht unbedingt das ist, was die Gelenke sich wünschen. Gut, man kann hier schon auch noch einiges tun. Erstens, ich trainiere nicht für Marathon, das heißt, ich laufe nicht diese riesen Strecken, wie sie manch ein anderer im Training, äh, hinter sich bringt. Zweitens, ich laufe nicht die ganzen Strecken irgendwo auf Terrum. Es sind Feldwege, Waldwege, wo ich am meisten unterwegs bin, wo der Untergrund doch ein bisschen weicher ist und ein bisschen mehr. halt von, äh, dem eigenen Körpergewicht abgedämpft wird. Drittens, ich trage geeignetes Schuhwerk. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Schuhwerk. Von mir aus kann jemand, äh, wenn er joggen geht, im Schlafanzug laufen, Nachthemd, in der Jeanshose oder sonst irgendetwas, wenn er das bequem findet. Darf er von mir aus sogar, äh, ne Leggings anhaben, selbst wenn er, wenn er mit dem Übergewicht, was er hat, dann aussieht, wie die Ludovs vom Schlammketschen. Das ist mir alles piepwurst egal. Aber das Schuhwerk muss passen. Es muss zum einen, einmal dazu passen, zum eigenen Laufstil, ob man nun, äh, mehr mit dem Fuß nach rechts außen abkippt, oder ob man mit dem Fuß nach innen kippt, oder ob man, äh, relativ neutral am Laufen ist. Äh, das sind halt verschiedene Laufstile. Es gibt, äh, verschiedene Schuhe mit verschiedenen Größen, Breiten, Höhen. Ich sag mal so, ich habe leider bei meinen Füßen das Problem, dass ich so ziemlich, äh, alles mitgenommen habe. Man gibt Senkspreizfuß, Plattfuß, äh, irgendwo ist da drin in den Füßen alles vereint. Wobei ich sagen muss, dass auch sehr viel, äh, durch lange Zeiten mit Übergewicht, äh, da kaputt gemacht worden ist. Da grenzt man natürlich die Auswahl an Schuhmaterial ein bisschen ein. Ich sag mal so, äh, würde ich jetzt unbedingt sagen, Plattu, äh, ich möchte die Westen mit den drei Streifen haben. Äh, durch die Breite meiner Füße, die ich nun mal habe, werde ich da nicht unbedingt was finden. Also, da geht's dann wahrscheinlich eher, äh, in die Richtung Brux, Essex. Äh, ja, man spricht da fast von den üblichen Verdächtigen. Der Brux Gilkayano. Äh, nee. Entschuldigung. Oder war es der Essex Adrenalin? Ähm, ich will ja hier keine Werbung für irgendwelche Hersteller machen. Auf jeden Fall, beide haben einen Schuh im Programm, der halt für die üblichen Gewichtsklassen so ein bisschen besser geeignet ist. Wobei, man sollte hier wirklich nicht rein auf das Gewicht gehen. Einer meiner ersten Laufschuhe, die ich, äh, wirklich mir an einem Laufladen geholt habe, das war seinerzeit ein, äh, Glycerin gewesen. Mag ich heute immer noch? Habe ich immer noch, äh, regelmäßig immer ein paar da? Wobei ich auch mittlerweile, äh, von Adrenalin immer, äh, welche, äh, mitstehen habe. Äh, ich laufe auch sehr viel auf Lunge. Lunge, nein, ich meine nicht, äh, das mit dem Atmen, sondern Lunge Schuhe. Weil, äh, die sind zwar relativ teuer im ersten Moment. Man kann allerdings da auch die Sohle erneuern, wobei sich durch sich der Preis so ein bisschen relativiert. Allerdings habe ich, äh, da auch gelernt, dass ich mit denen unkompliziert längere Strecken besser hinbekomme. Ich sage mal so, über das Thema Schuhe werde ich nochmal extra was machen. Mir geht es jetzt einfach mal darum, äh, ja, wenn es das Laufen angeht, natürlich vom Gewicht her, bin ich die Hummel des Laufens. Hört sich jetzt so ein bisschen, äh, spaßig an. Äh, ja, aber das ist so. Wenn ihr, äh, mal ganz, ganz genau überlegt, was verbindet ihr mit einem Läufer? Äh, drahtige, agile Menschen, die mit monotonem Schritt immer weiter vorantreiben. Und garantiert nicht so ein Fleischklops wie mich, oder? So, jetzt haben wir eine ganze Zeit über das Thema Sport und, äh, Laufen gesprochen. Äh, auf das Thema Equipment beim Laufen, Laufschuhe und so weiter, da werde ich mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen des Podcasts oder, äh, auch in Beiträgen in meinem Blog sicherlich noch zurückkommen. Äh, äh, ein anderes großes Thema ist für mich Essen und Trinken. Ich esse gerne, ich esse gerne gut, ich esse gerne schmackhaft und vor allen Dingen, ich esse auch gerne gesund. Ich sage mal so, ich kenne viele, die jetzt sagen würden, ich auch. Ja, äh, bei mir ist es halt so, äh, dass sich da in den letzten Wochen, Monaten so einiges getan hat. Ich habe vor, äh, etwa anderthalb Jahren angefangen, bei mir zu Hause mein Brot selber zu backen. Wobei, äh, da aus, äh, diversen Vollkornbroten mittlerweile auch ein eigenes Eiweißbrot entstanden ist. Ja, äh, ist es auch so, dass ich sehr vieles, äh, koche, auch vorkoche. Was für mich natürlich, äh, auch gewisse Vorteile hat, weil ich sage mal so, wenn ich Übermengen koche, kann ich das in kleineren Portionen entsprechend abfüllen, im Gefrierschrank machen und bei Bedarf dann eben entsprechend entweder wieder auftauen oder erwärmen und dann, äh, habe ich relativ schnell, günstig eine gute Mahlzeit für mich da stehen, von der ich ganz genau weiß, was da zumindestens drin ist. Also, wer Maggi, Knorr, Dr. Oetker und wie diese ganzen Lieferanten alle heißen, bei mir sucht, ist da, denke ich, eher fehl am Platz. Ich probiere auch ganz gerne mal so ein bisschen aus, wobei das mit Ausprobieren bei mir nicht heißt, dass ich da einmal so quer durch die internationalen Küchen gehe. Ich sage mal so, es gibt da auch so die einen oder anderen Sachen, da komme ich so absolut nicht dran, ne? Ich esse, äh, gerne Fisch, das ist alles für mich, äh, kein Thema. Gemüse esse ich auch, wobei ich kein Fan von Brokkoli bin. Es gab mal eine Zeit, da hat meine Mutter lange im Krankenhaus gelegen und, äh, da bin ich dann abends nach Feierabend darüber geeiert und in dem Krankenhaus, da gab es immer ein sogenanntes Resteessen. Resteessen war, äh, die haben auf der Station eigentlich immer so ein, zwei Mahlzeiten mehr bestellt, als wie sie brauchten, für den Fall, dass noch Patienten kommen. Und nun wussten die, äh, Schwestern und Pfleger da ganz genau, ähm, ja, äh, der kommt direkt von der Arbeit, hat seit dem Frühstück noch nichts weiter gegessen. Ja, und dann habe ich dann von diesem Resteessen eins abbekommen, bevor es dann irgendwie, äh, entsorgt hätte werden müssen. Äh, nur da war eigentlich fast jedes Mal Brokkoli drauf und irgendwann konnte ich dieses grüne Zeug einfach nicht mehr sehen. Gut, umgekehrt gibt es das, was jeder von uns kennt mit Spinat. Äh, als Kind gehasst. Äh, wir kennen diesen Spruch von wegen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Äh, ja, das war auch oft genug gewesen, dass dann halt, äh, Spiegelei, Stampfkartoffeln aus der Tüte und Spinat auf dem Tisch stand. War halt sehr günstig gewesen. Äh, nur dieser Spinat, das war dann dieser Eisblock, den man da für 50 Cent im Supermarkt kauft, in der Dose aufgerhitzt, der absolut irgendwie nach nichts schmeckte. Und damit hatte ich mir das so als Kind auch so ein bisschen verlitten, bis ich dann halt vor ein paar Jahren dann mal angefangen hab und hab mir selber frischen, äh, Blattspinat geholt, hab den, äh, in den Topf ein bisschen mit Fett, äh, leicht angeröstet, Zwiebeln dazugegeben, kleines bisschen Sahne, Pfeffersalz, ein bisschen Muskat, gut durchziehen lassen. Ja, das war ganz was anderes als wie dieses abgepackte Tiefkühlzeug. Und seitdem esse ich auch wieder Spinat. Auch hier ist es zum Beispiel eine praktische Angewohnheit, die ich habe. Ich mache von diesem Spinat meistens etwas mehr, so dass so eine kleine, äh, Schale davon übrig bleibt. Und wenn die Schale übrig bleibt, gibt's am nächsten Tag, Omelette mit Spinat. Da wird dann halt entsprechend dann, äh, wie man es normalerweise macht, für so ein Omelette, äh, Ei mit Kräuter und allem drum und dran zusammen gemacht. Und da ziehe ich halt entsprechend den Spinat drunter und brate das von rechts und links in der Pfanne an. Ist für den nächsten Tag auch nochmal ein leckeres Essen. Ja, wie gesagt, ich habe mit der Ernährung einiges durch. Ich habe leider auch ein paar Magenprobleme. Äh, ich sag mal so, im Oberbauch, da habe ich so eine Stelle, wo irgendwie das Essen und Trinken nicht so richtig passieren will. Ich war deswegen auch schon mal bei einem Krankenhaus gewesen, wo man so ein paar Untersuchungen gemacht hatte. Es steht noch ein bisschen was aus mit Schläuche von oben und Schläuche nach unten. Termine sind leider derzeit mittlerweile auch schon ein bisschen überfällig. Aber, äh, das geht leider dank Corona und dessen Folgen momentan nicht alles so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Wobei ich jetzt in letzter Zeit doch schon ein bisschen energischer nachfrage, weil man möchte ja endlich mal wissen, was da los ist, ob da nicht nun doch irgendwo ein Geschwür rumwabert oder was da auch immer Probleme macht, damit man endlich mal wieder einen grünen Zweig, äh, vor sich sieht. Ja, äh, irgendwas Mutter passieren. Allerdings wurde mir da, äh, aufgrund der diversensten Probleme, die ich mit mir rumschleppe, schleppe, äh, eine bisschen andere Ernährung, äh, empfohlen. Es ging dann entsprechend um weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker, Fette, ja, aber wenn, dann entsprechend die richtigen. Fisch ist in Ordnung, Geflügel ist in Ordnung, aber ich sollte nach Möglichkeit, so gut wie es geht, auf Schwein und Rind verzichten. Obst und Gemüse ist alles in Ordnung, ja, aber, das, äh, da gibt es halt die entsprechenden Sorten, die ein bisschen besser und die ein bisschen schlechter geeignet sind. Äh, da habe ich entsprechend so ein paar Vorgaben bekommen, von wegen, äh, Apfel gut, Birne schlecht, äh, wo ich manchmal noch immer noch am Rätseln bin, warum das so ist, wobei, äh, so in ein paar Fällen ist mir mittlerweile klar gewesen, äh, geht es auch teilweise dann um Fruchtsäuren, äh, die in den Magen reizen könnten und so weiter. Ich muss aber auch zugeben, äh, ja, äh, seitdem ich diese Ernährung so umgestellt habe, geht es mir deutlich besser. Ich habe vorher wöchentlich teilweise drei, vier Tage gehabt, wo ich mit, äh, richtigen Koliken flach gelegen habe, morgens teilweise, und nur dann mit einer Kombination, äh, aus Magentabletten, Schmerztabletten, äh, es geschafft habe, wieder in den Tag reinzukommen. Äh, in der Regel an der Arbeit hat man das nicht so sehr gemerkt, weil ich es irgendwie immer geschafft habe, bis daheim wieder alles in Ordnung zu bekommen, aber das ist auch so kein Dauerzustand, weil die Tabletten, die greifen natürlich auch irgendwo den Magen an. Äh, ähm, ja, und ich sag mal so, durch diese Umstellung ist es so, dass von, äh, dieser häufigen Frequenz ich bestenfalls noch nur so ein, zwei Tage im Monat habe, wo ich diese Probleme habe, was natürlich eine deutliche Verbesserung ist. Allerdings, ich spüre es leider immer noch im Oberbauch, dass da irgendwo was ist, was nicht ganz in Ordnung ist. Deswegen, das muss noch alles geklärt werden. Aber, äh, ich sag mal so, ich bin da schon auf dem Weg der Besserung. Äh, natürlich ist es, äh, so, dass ich, äh, dadurch, was mir da von den Ärzten so vorgegeben hat, natürlich auch sehr vieles selbst machen muss. Ich backe mein Brot selber, was mittlerweile ein Eiweißbrot ist. Ich, äh, koche Suppen vor. Ich, äh, ziehe mir am Wochenende ganz gerne einen Fong, den, äh, aus Gemüse in der Regel. Ich sag mal so, der ist ganz praktisch, weil wenn du unter der Woche irgendwo was am Kochen bist und brauchst irgendwo was, was Geschmack ins Essen reinbringt, dann, äh, kann ich dann ruck, äh, zuck mein Kännchen mit dem Fong vorholen und, äh, gieß damit ein kleines bisschen auf. Ich sag, äh, auch außerhalb des Kühlschranks, wenn man das, äh, gut verschlossen ab, äh, hinstellt, hält sich das bis zu einer Woche locker. Äh, und dann, äh, hab ich dann halt entsprechend, äh, da etwas, wo ich dann halt Geschmack hinzufügen kann, was eben aus eigener Produktion ist, wo ich ganz genau weiß, was drin ist, weil wir sagen, sind wir doch mal ganz ehrlich, das, was im Essen und Trinken da teilweise uns die Industrie reinmacht, ist mehr Gaukelei als alles andere. Ja, natürlich, Frühling, ich bin froh, dass, äh, es langsam wieder ein bisschen mehr Gemüse gibt. Ich war schon im Wald gewesen, hab schon Bärlauch geholt, hab davon auch schon ein bisschen was getrocknet, äh, was ich dann halt ganz praktisch finde, weil, ich sag mal so, Bärlauch ist halt etwas, was aus dem Frühjahr stammt, das gibt es nicht so lange Zeit, und, äh, wenn man das entsprechend dann, äh, getrocknet hat und dann ein bisschen aufbröselt, dann kann man das genauso wie andere, äh, Kräuter und Gewürze halt benutzen, um Geschmack irgendwo reinzubringen. Man kann das getrocknete, äh, Bärlauch auch natürlich auch nehmen, zum Beispiel, um ein ganz einfaches Pflanzenöl, wie ein Rapsöl, zu aromatisieren, so ein angetrocknetes Blatt in eine, äh, Glasflasche reingegeben, dann mit Rapsöl aufgelö, äh, gegossen und das so zwei, drei Wochen mal stehen lassen. Das zieht so richtig schön durch und danach hat dann auf das Rapsöl so einen leichten, äh, ja, Bärlauchig, Knoblauchig, äh, Knoblauchig, äh, Aroma drin, Also, das ist dann auch schon ein bisschen was Besonderes, was sehr schnell selbst gemacht ist. Ja, äh, was natürlich im Frühjahr auch auffällt, ist Spargel. Ich weiß, es kriegen viele jetzt gerade Glanzaugen, dass ich über Spargel rede. Spargel. Das, äh, sind diese Stangen, die aus der Erde kommen. Entweder sie, äh, kommen direkt von unten, sind weiß, oder sie sprießen über die Erde hinaus, dann ist es grüner Spargel. Der eine, der weiße muss geschält werden, der grüne nicht. Ja, äh, und es sind viele Leute, die feiern, äh, da so mit einem Riesenfest, wenn dann irgendwo, so im März, die ersten Spargel, äh, wieder angeboten werden, wobei das, was im, so, sagen wir mal so, Zeitraum Ende Februar und dann bis im März hinein angeboten wird, ist meistens Gewächshausware. Ist nichts Schlechtes. Äh, äh, da ist im Prinzip dann, äh, halt um dieses Spargelfeld, besser gesagt, das Spargelfeld ist in ein Gewächshaus reingewandert und dadurch, dass dann da entsprechend die höheren Temperaturen und kein Frost sind, kann natürlich auch früher geerntet werden. Dem Geschmack tut das keinen Abbruch. Ist natürlich mit höheren Kosten verbunden, weil so ein Gewächshaus, äh, muss auch erstmal gebaut werden. Es wird geheizt, äh, und allem drum und dran, was da drumherum zu tun ist. Äh, ja, damit kostet die ganze Geschichte natürlich ein bisschen mehr, als wie der Spargel-Event, sobald dann die Freilandsaison beginnt. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin kein Spargelfan. Absolut nicht. Spargel ist für mich Wasser und Fasern. Äh, Spargel ist auch für mich nichts, was irgendwie besonders schmeckt. Wenn ich Spargel schmackhaft haben will, muss ich eine dicke Soße Hollandaise dran machen. Ich muss einen Speck einwickeln, ich muss Erdbeeren dazu machen, also ich muss irgendwo was drumherum machen, was diesem Essen besonderen Geschmack bringt. Und deswegen, äh, nein, äh, Spargel ist nicht so wirklich meins und ich kann den Hype darum eigentlich irgendwie auch nicht so ganz verstehen. Spargel ist sogar ausgesprochen gesund. Er besteht zu etwa 93% aus Wasser. Den Rest teilen sich mit kleineren Anteilen Proteine, Kohlenhydrate und verschwindend wenig Fett. Dabei hat ein Kilo Spargel gerade mal 150 Kalorien. Dadurch ist er auch hervorragend zum Abnehmen geeignet. Wusstet ihr eigentlich, dass der beste Spargel in Deutschland genau hier bei uns aus dem Werra-Tal stammt? Dieses mediterrane Klima, der Werra-Fluss mit seinen, äh, vielen Salzen, sorgt dafür, dass hier der aromatischste Spargel im ganzen Land wächst. Gut, sind wir ehrlich, diesen Spruch hört ihr von jeden Spargelbauern, äh, äh, aus jeder Region in Deutschland. Und, äh, der ein oder andere wird froh sein, wenn dann irgendwann, äh, in Richtung Ende Juni, dann ja Johannistag ist, die Spargelsaison endet und es auf dem Klo endlich wieder normal riecht. Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Äh, mit diesem Podcast und dem Blog geht es dieses Jahr natürlich ein bisschen mehr her, als wie im letzten Jahr. Letztes Jahr, da ist das Ganze noch so ein bisschen unkoordiniert gelaufen. Man hat auch, äh, so manche Folgen dann gesehen, wo es so ein bisschen in Geplappere am Ende auslief. Äh, das soll es so in Zukunft nicht mehr geben. Äh, meine Folgen sollen jetzt in Zukunft einer gewissen Struktur folgen. Ich hoffe mal, dass sich das, äh, weiter so wie heute etabliert und durchsetzen wird. Ja, und ich möchte auch mehr Themen ansprechen und, äh, ab und zu mal Gäste in meinem Podcast haben. Dafür habe ich natürlich jetzt auch ein kleines bisschen umgerüstet. Ich habe ein, äh, kleines Laptop ein bisschen aufgerüstet, wo ich dann mit mehreren Mikrofonen zum Beispiel arbeiten kann, wenn ich irgendwo vor Ort, äh, mal die Chance habe, ein Interview zu machen. Ja, apropos vor Ort. Der Laufpirat geht auf Tour. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Ja, äh, es ist Sommer, man möchte nach draußen. Möchte ich auch ganz gerne. Ich möchte ein bisschen was von Deutschland sehen. Ich möchte schöne Laufstrecken sehen. Ich möchte so ein bisschen drumherum Sehenswertes. vielleicht hier und da ein paar Informationen darüber, über gute Ernährung und gutes Essen und, äh, einfach so ein bisschen erleben. Momentan stehen drei Stationen relativ fest. Äh, die eine ist zum Pfingsten, wo es dann in Richtung Rhein- und Mosel geht. Äh, einen Tag werde ich dann in, äh, Koblenz sein. Direkt, äh, am deutschen Eck, wo ich dann, äh, auch in der Nähe eine Übernachtungsmöglichkeit habe. Am nächsten Tag werde ich dann weiterfahren in Richtung Kochem. Äh, in Kochem werde ich, äh, einmal in ein, äh, ja, eine Senfmühle, eine historische besuchen. Äh, dort wird heute noch nach zwei verschiedenen, äh, uralten Rezepten, äh, Senf hergestellt. Ja, und da werde ich mir mal so ein bisschen erzählen lassen, äh, was guten Senf überhaupt ausmacht und warum Senf so gesund ist. Und dann habe ich noch so eine kleine persönliche Geschichte. Äh, früher war hier in Eschwege, besser gesagt, nicht direkt Eschwege, am Meißner, in Germarode, äh, eine Falknerei. Die Falknerei war im Wildpark, äh, angesiedelt. Es war eine riesengroße Attraktion, die da, äh, entstanden ist. Leider war es so, in der Zeit, da waren Wildparks nicht so attraktiv gewesen. Man hat auch sehr viel in der Nacht, äh, Folgezeit gemacht, in Ausstattung reingesteckt, den Spielplatz erneuert. Ich sag mal so, er ist wesentlich einladender natürlich geworden, aber die Besucherzahlen, die waren leider nicht so gut gewesen, dass man die Falknerei halten konnte. Bei uns in Hessen gibt es einen finanziellen Schutzschirm, der, äh, entsprechend für die Gemeinden ist. Und, äh, so sehr wie die Gemeinde damals, äh, die Falknerei halten wollte, äh, Es ging nicht. Es fehlte einfach das Geld dafür. Ich weiß, dass mal, äh, die beiden Falkner, äh, mit denen ich auch, äh, befreundet bin, äh, dann in Richtung Eifel gegangen sind. Waren dort bei einem Tierpark, wo sie leider nicht ganz glücklich wurden. Ja, und ihre letzte, oder beziehungsweise aktuelle Station ist, halt oberhalb von Kochen der Klottipark, äh, wo sie halt jetzt seit, ja, so zwei, drei Jahren mittlerweile ihr Zuhause gefunden haben. Äh, äh, ich war früher mit meiner Mutter regelmäßig bei den beiden in Germarode gewesen. Wir haben sehr viel die Flugshow gesehen. Äh, meine Mutter hatte so ein klein bisschen den Beinamen die Eulenflüsterin, weil die, äh, entsprechend mit Kalle einem Waldkauz immer am kokettieren war. Also das war schon ganz lustig, wenn man da gesehen hat, äh, wie der Kauz da so vor sich hin seine Geräusche von sich gegeben hat. Meine Mutter so ein bisschen das so leicht angedeutet wiederholt hat. Es sah so am Ende des Tages irgendwann mal so aus, als wenn die beiden sich ganz gut verstehen würden. Ja, leider habe ich für, äh, meine beiden Freunde die schlechte Nachricht, dass die Eulenflüsterin vor knapp anderthalb Jahren leider verstorben ist. Äh, wir haben zwar die Jahre immer regelmäßig Kontakt gehabt, nur ist es auch ganz, äh, ehrlich, ganz so gewesen, dass ich mit dem Tod meiner Mutter auch mit einigen Traditionen gebrochen habe. Äh, wir haben früher immer regelmäßig selbstgemachte Weihnachtskarten verschickt. Äh, es war irgendwie aber, wie es bei vielen Familien ist, äh, man selber macht was, alle anderen machen nichts. Äh, äh, ja, äh, es ist halt immer weniger zurückgekommen. Und entsprechend habe ich dann irgendwie für mich gesagt, für mich alleine, nee, äh, sorry, äh, da mache ich keine Weihnachtskarten mehr. Äh, ich stehe auch nicht auf, äh, dass ich mich, äh, großartig bei irgendwelchen Verwandten anbiedere oder sonst irgendetwas mache, wo man auch sonst, äh, nicht so den riesenguten Kontakt zu hat. Äh, von daher, äh, ist das dann halt entsprechend eingeschlafen. Und, äh, ich möchte halt jetzt da Pfingsten, da ich nun schon einmal da in der Nähe bin, die Möglichkeit ergreifen, selbst bei den beiden vorbeizuschauen. Ich denke mal, es wird eine dicke Überraschung werden, wenn ich auf einmal da nachmittags um 15 Uhr bei der Flugshow im Publikum sitze und, äh, ja, äh, halt, äh, entsprechend, äh, zusehe, wie die beiden ihre Greifvögel und, äh, Eulen, Kautze und Us, äh, da entsprechend, äh, präsentieren und erklären, wie diese leben. Mich würde es unter Umständen nicht wundern, wenn Wipke einfach mal kurz abbiegt und bei mir landet, äh, Wipke, das ist eine Uhu-Dame gewesen, ich hoffe, sie lebt noch, äh, sie war immer so ein bisschen mein Favorit gewesen, äh, ja, äh, ich komme mittlerweile mit Greifvögel ganz gut klar, wobei über Greifvögel sprechen wir im nächsten Podcast doch mal, war, weil es dann auch so langsam auf die Brutzeit, äh, halt von Bussard, Falke und Co. drauf, äh, zugeht und es doch das eine oder andere gibt, was man beachten sollte, was halt, äh, im Umgang, äh, mit den Tieren, äh, halt, äh, zusammensteht, weil der Mensch drängt ja immer mehr in dessen Räume ein und man, äh, es gibt ab und zu da halt Zusammenstöße, die nicht ganz so toll sind, wo ich dann sagen muss, hm, ja, äh, erklären wir doch mal so ein klein bisschen, wie man sich vielleicht besser verhalten könnte und das machen wir halt beim nächsten Mal entsprechend. Die zweite Station wird, äh, um Frohen Leichnam sein, wo ich nach Bremerhaven fahre. Bremerhaven, das ist für mich einmal ein Besuch, äh, bei einem alten Freund, äh, der, den ich noch aus meinen Zeiten als Autogrammsammler kenne und schätzen gelernt habe, äh, ich sag's mal so, ein Bayer, der zur Marine geht, ist schon irgendwo was Besonderes. Dieser Bayer ist nicht nur zur Marine gegangen, er ist auch noch gleich da oben an der Küste geblieben und heute fährt er mit einem Hafenbus, äh, die Leute durch Bremerhaven, äh, so ein bisschen durch die Gegend, erklärt denen, was es so Sehenswertes gibt, warum, äh, es halt krumme Bananen in Deutschland gibt, äh, es wird halt auch viel gezeigt über das, die maritime Seite vom Bremerhaven und man fährt hinten auch mal dahin, wo die großen Pötte fahren, ich rede jetzt nicht von den Kreuzfahrtschiffen, da kommt auch das eine oder andere da an, nein, es sind eigentlich eher die, äh, großen Frachtschiffe, die direkt da an der Elbe, äh, halt entsprechend, äh, vor Anker gehen und, äh, ihre Ladung, äh, halt, äh, loswerden können, äh, das bringt ja ihnen, den ganzen Leuten, die dann in Bussen mit da drin sitzen, den ganzen Touristen, sehr nett rüber, teilweise auch ein bisschen mit einigen, äh, am Seemannsgahn, was da gesponnen wird, aber sowas gehört zu solchen Rundfahrten natürlich dazu. Für mich ist es natürlich, äh, Bremerhaven auch See, Küste, Hafen, äh, allerdings nicht nur das, Hafen bedeutet für mich auch Fisch. Was viele nicht wissen, Bremerhaven hatte früher mal eine der größten Fischfangflotten Deutschlands, äh, bis dann halt, äh, äh, Zweite Weltkrieg zu Ende war und, äh, unsere Schiffe halt, äh, der Weg, äh, in viele Fanggebiete versperrt gewesen ist und, dann sind halt, danach halt viele von diesen Schiffen entsprechend abgeschafft worden, äh, aber trotzdem ist es so einiges da übrig geblieben. Es wird auch heute immer noch sehr viel Fisch im Bremerhaven angelandet, äh, jetzt nicht mehr unbedingt, äh, nur alleine von irgendwelchen deutschen Schiffen, es sind auch andere, die da mittlerweile reinfahren, aber man muss halt überlegen, große Firmen wie Iglu, Froster und so, äh, und Co, haben dort oben ihre Fabriken, wo die Sachen hergestellt werden, die frisch vom Kutter herunterkommen, äh, deswegen hat die Stadt da oben noch sehr viel mit Fisch zu tun, sie nennt sich, äh, selber auch, Salot, Fishtown, man kennt es ja vom, ein bisschen auch vom Eishockey, die, äh, Fishtown Pinguins, äh, äh, wenn ich nicht da oben irgendwas mit Fisch machen würde, dann wäre es wahrscheinlich kein Trip nach Bremerhaven, ich kann jedem nur empfehlen, mal ans Schaufenster Fischereihafen zu gucken, dort gibt es viele kleine Restaurants, einige kleine Läden, aber auch, äh, sehr viele Angebote mit frischem Fisch, wo ich dann halt mal ergründen werde, was richtig frischen Fisch ausmacht. Ja, das, äh, ich bleibe bei der Küste, das wird allerdings dann erst im Herbst was werden, ich habe mich Weihnachten reich beschenkt, reich beschenkt heißt, ich habe mir einen Gutschein, äh, geschenkt, wo, äh, entsprechend, äh, Hotelübernachtungen drin sind, eine Bahnfahrt nach Hamburg und, äh, halt auch die Fahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr, äh, wobei beim Hotel wird es wahrscheinlich wieder auf das AO unten unterhalb von der Reeperbahn hinlaufen, weil die ist keine fünf Minuten von Fischmarkt entfernt und, äh, man ist quasi mittendrin, nicht nur dabei, äh, da oben wird es natürlich auch so einiges, äh, um gutes Essen, äh, nordische Kultur, Seemanns Geschichten und sowas in der Richtung, äh, wobei, da werde ich wahrscheinlich dann auch einmal richtig gut essen gehen, ich weiß nicht, ob es einen Herrn Henssler, Frau Poletto oder einen Herrn Melzer treffen wird, äh, wobei, äh, die Bullerei steht schon lange mal auf meiner Wunschliste, wobei ich dann, äh, dem Hausherrn ganz gerne mal erklären würde, wie man das Rezept noch ein bisschen besser machen könnte, Herr Melzer, nichts draus machen, das würde ich jedem Kocher klären, weil ich, äh, zu den Bekloppten gehöre, die sehr gerne auch leidenschaftlich kochen, ich, äh, koche auch am Wochenende gerne mal längere Gerichte, äh, wo ich nicht nur so eine halbe Stunde in der Küche stehe, da kann es sein, dass das Essen bei mir auch schon mal zwei, drei Stunden Anlauf nimmt, also, und dann wirklich was richtig Leckeres entsteht, und, äh, aus der Erfahrung, da sage ich mir dann immer heraus, äh, dass ich doch den einen oder anderen Trickteil da habe, wo ich sagen würde, hm, so würde es mir persönlich noch ein kleines bisschen besser schmecken, dass das natürlich nicht irgendwo was für jeden ist, ist klar, selbstverständlich, und dass da auch sehr viel Dampfgeplaudere dahinter ist, sind wir ganz ehrlich, ist beim Kollegen Melzer nicht ganz anders, er hat's, äh, kochen professionell gelernt, ich habe mir vieles selber beigebracht, wobei, äh, Gemüseschnüppeln, das ist bei mir doch, äh, Gruppmotorik, also da, äh, sollte man mal die Kirche im Dorf lassen, äh, das überlasse ich dann doch lieber dem Profi, äh, ja, äh, da wird es so ein paar Stationen geben, wo man, wo ich dann halt entsprechend dann auch darüber berichte, für meinen Blog ein paar Beiträge mache, auch im Podcast darüber berichten werde, eventuell werden noch so zwei, drei Stationen weiter dazukommen, ihr könnt natürlich gerne mir etwas vorschlagen, benutzt die Kommentarfunktionen, äh, entsprechend, vielleicht, äh, sieht man sich ja dann irgendwo mal an irgendwelchen anderen interessanten Orten, wobei, einen Ort schlage ich, äh, tue ich für dieses Jahr komplett ausschließen, Berlin, ich habe keine Lust dieses Jahr nach Berlin zu fahren, wobei die, äh, das ist mein Interesse an Berlin mittlerweile, ganz unabhängig von dem Thema Marathon deutlich, äh, weniger geworden ist, äh, früher war für mich irgendwie Berlin immer die City, die nicht schläft, mittlerweile, äh, muss ich sagen, äh, nein, äh, Berlin ist in vielen Punkten einfach nicht mehr schön, also wenn ich eine von den, äh, Großstädten, äh, mir auswählen müssen, wo ich hinfahren, äh, möchte, fahre ich mittlerweile lieber nach Hamburg, als dass ich nach Berlin fahre, dazu werde ich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten auch noch was schreiben, als Antwort auf einen, äh, Beitrag eines Reisepodcasts, äh, über das Thema Berlin und die Touristen, weil, äh, das, was da gesagt und geschrieben wurde, kann man leider nicht so ganz so stehen lassen, äh, deswegen schließe ich Berlin für mich für dieses Jahr einfach mal aus, ansonsten bin ich eigentlich für fast jede Standart bereit, wobei das dann eher Kurztrips sein werden, wo ich eventuell freitags aufschlage, sonntags schon wieder nach Hause fahre, das heißt, da kann man nicht ganz so viel unterbringen, passieren soll auf diesen Trips natürlich immer laufen an, äh, irgendeine schöne Strecke, ich sag mal so, ähm, an der Mosel gibt es sicherlich irgendeinen schönen Radweg, der am Fluss entlang führt, wo man schöne Stückchen laufen kann, in Bremerhaven natürlich, auf dem Deich an der Wasserlinie, oder, äh, in Hamburg, da gibt es ganz berühmte Strecke, oben die Binnen als da, selbstverständlich werde ich auch die dieses Jahr noch in irgendeiner Form ablaufen, und wenn ich schon mal in Hamburg bin, werde ich natürlich auch in einen der Lungen Laufläden vorbeigucken, ja, äh, das sind halt so die Stationen, die bislang geplant sind, äh, vielleicht kommt nur das eine oder andere dazu, ich habe hier bei mir in der Region auch etliche Sachen, wo man, äh, zum Thema, äh, regionale Küche, gesunde Küche, äh, einiges sagen muss, es gibt hier, äh, halt entsprechend ein Kirchanbaugebiet in Witzenhausen, wo auch feine und edle Liköre hergestellt werden, äh, es gibt im Thüringischen bei uns, äh, Mühlen, wo noch Mehl selbst gemacht wird, äh, wir haben hier in der Nähe Ölmühlen, wo, äh, eigene Öle hergestellt werden, also, äh, es gibt da schon so einiges, äh, wo man gucken kann, sehen kann, wie gesunde Sachen produziert werden, angebaut werden, wie, äh, Tiere, die wir später mal irgendwo im Handel, äh, als Steak oder sonst irgendwas bekommen, auch sinnvoll und vernünftig aufwachsen und nicht in irgendwelchen engen Fergen oder sonst irgendetwas, auch das gibt es heutzutage noch, es kostet natürlich ein bisschen mehr, aber man muss auch natürlich sagen, früher war weniger mehr, weil, äh, sind wir da mal ganz ehrlich, wo ich noch Kind war, gab es nicht jeden Tag Fleisch, Fleisch gab es da, Samstags war Schnitzeltag, Sonntags gab es einen dicken Braten, von dem gab es vielleicht die Reste noch am Montag und mit ein bisschen Glück gab es vielleicht auch noch mal am Mittwoch irgend sowas in der Richtung Bratwurst oder sonst sowas in der Richtung, weil wir dann ohnehin Markttag waren und meine Mutter über Metzger, wenn noch genug Geld da war, nach Hause gegangen ist. Ansonsten tat es auch schon mal ganz normal ein Spiegel, was in die Pfanne gebraten wurde oder sowas in der Richtung, also es war nicht so, dass man jedes Tag Fleisch gegessen hat, von daher schreie ich und wiegt und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch. Was viele nicht wissen, derjenige der die Rechnung aufgemacht hat ist bei seiner Berechnung davon ausgegangen, dass die Flügel der Hummel starre sind. Als er diesen Fehler entdeckte und revidiert war der Spruch von der Hummel die nicht fliegen kann, aber es dennoch tut schon so populär, so dass die Auflösung des Rätsels kaum jemanden interessierte. Aber die Fortschritte beim Laufen unseres Norberts sind sicher genauso interessant. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, ich habe mittlerweile meinen Standort gewechselt. Ich sitze nicht rapselt und ich kann hier von hier oben aus schön ins Tal reingucken und ja Vögel zwitschern um mich rum, der Winter seiselt ein bisschen. Bis vor wenigen Minuten habe ich erst mal möchte ich mich herzlich bedanken. Ich hatte ja letztes Wochenende Geburtstag und da haben mich doch etliche Glückwünsche und Gratulationen auf die diversesten Wege erreicht. Auch wenn ich eigentlich nicht so der riesen Geburtstags Fan bin. Man merkt es mir vielleicht in dem einen oder anderen Bericht an. Ich habe mich sehr gefreut, dass man an mich gedacht hat. Also an dieser Stelle noch mal herzliches Dankeschön. Ja, ich möchte dann auch gleich auf die nächste Folge meines Podcasts etwas vorgreifen. Ja, in meinem nächsten Podcast werde ich einige Themen angesprechen. Einmal warum es Sinn machen kann beim Laufschuh kaufen zu seinem lokalen Händler vor Ort zu gehen und bei diesen entsprechend seine Schuhe zu kaufen. Das andere ist was für Schuhe sind für Läufer mit schweren Gewichten geeignet. Es gibt ja jede Menge Trends bei den Schuhen mit großer Sprengung, mit weniger Sprengung. Dann haben dann die ganzen Hersteller ihre eigenen Systeme. Bei manchen läuft man wie auf einer Cloud. Ja, aber nicht alles, was da so auf dem Markt ist, ist wirklich auch das, was des Fußes Liebling ist. Dann werde ich mit euch mit Sicherheit auch darüber sprechen über das Thema Wald. Ich sage mal so, ich habe in den letzten Jahren doch ein bisschen mehr Pause zwischen meinen Läufen gehabt. Ich bin nicht mehr so die Strecken gelaufen, die ich früher gelaufen bin. Und ich muss ganz ehrlich sein, nachdem ich vor kurzem eine Strecke abgelaufen bin, die früher zu meinem Standard Repertoire gehörte, war ich etwas schockiert. Ja, darüber hinaus, das ist jetzt nicht direkt was für die nächste, eher für die übernächste Folge, werde ich auch halt entsprechend ein Gespräch in einer Senfmühle haben und mich darüber informieren, wieso Senf gesund ist, wie Senf hergestellt wird. Ich werde mit einem Falkner Paar reden, was früher mal hier bei uns in der Nähe eine Falknerei hatte und dieses entsprechend vor Ort besuchen. Das sind teilweise auch Themen, die ich dann nochmal zusätzlich in meinen Blog aufgreifen werde mit längeren Berichten. Nicht nur in meinem Blog der Landpirat sondern auch in meinen Regionalblog Werraland.net weil da sind auch einige Themen dabei wo es hier etwas so um die Region zwischen Werra und Meisner geht wo ich ganz gerne auch darüber berichten möchte. Manchmal überschneiden sich die Themen halt ein bisschen dann ist es halt etwas was für beide Medien ausreicht manchmal ist das weniger der Fall in erster Linie ist die Werraland.net Seite eher als Video und Foto Archiv bekannt aber auch da möchte ich in Zukunft den einen oder anderen Beitrag über die Region zwischen Werra und Meisner einfließen lassen wobei dies nicht ganz so regelmäßig passieren wird wie das bei dem Landpiraten mein Blog oder hier im Podcast der Laufpirat der Fall sein wird ja im Hintergrund hört man vielleicht gerade unten aus Abderode das Läuten der Glocken für mich ist es damit Zeit die heutige Folge zu beenden und mich zu verabschieden und mich herzlich bei euch zu bedanken danke dass ihr mir die ganze Zeit über treu seid obwohl doch immer mal wieder zwischenzeitlich ein paar Lücken dazwischen sind oder ein paar Wochen sind wo sich bei mir mal nichts tut es ist halt nicht immer jede Woche jeder Tag eins wie das andere manchmal liegt mehr Stress an der Arbeit an manchmal ein bisschen weniger manchmal spielt einfach auch die Gesundheit nicht so ganz so mit wie sie sollte ich bitte da wenn ich da nicht immer ganz so konsequent hinterher bin mir etwas zu verzeihen ich sag mal so für mich ist das Blogging und das Podcasting nicht irgendetwas womit ich Geld verdiene ich mache es aus Spaß an der Freude und darum euch mein Publikum ein bisschen was zu geben und auch dem einen oder anderen den ich so drumherum kennengelernt habe und schätzen gelernt habe eine Plattform zu geben und dem einen oder in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute die nächste Folge wird am Christi Himmelfahrts Wochenende aufgenommen mit ein bisschen Glück könnte es sein dass sie sogar am selben Wochenende noch online geht das hängt davon ab wenn ich jetzt die erste Folge abmische wie das mit dem Workflow alles so funktioniert weil das Ganze ist so ein bisschen an der heißen Nadel gestrickt momentan und technisch nicht noch nicht ganz ausgereift ich sag mal so in der Theorie steht es wie es laufen sollte aber wir kennen es immer letzten Endes funktionieren tut es meistens dann doch ganz anders ich gehe aber davon aus dass ich trotzdem hier was Gutes für euch abmischen kann in dem Sinne bis zum nächsten Mal alles Gute wir lesen uns auf landpirat.de oder hören uns beim Laufpiraten euer Norbert Beck Der Laufpirat Alles ist gut solange du laufen kannst Dies war die heutige Episode im Podcast Der Laufpirat Alles ist gut solange du laufen kannst Die Titel und Ending Melodie stammt von Kevin McLeod unter dem Titel The Life of Relay auf Incompetech.com lizenziert unter der Lizenz Creative Comments bei Namensnennung 3.0 Die KI Stimme wird erzeugt via Walkaliser mit der Stimme Victor Die Aufzeichnung erfolgt teilweise am Handy mit Audiolab mit Audiorekorder unter Lubuntu bei Live Aufzeichnungen bis zu zwei Teilnehmern bei entfernten Gesprächspartnern via Rocket Chat Die Endbearbeitung erfolgt unter Linux mit Adur Das Hosting des Podcasts übernimmt podcaster.de Über Kommentare und Rückmeldungen zu den Beiträgen freuen wir uns immer sehr Auch Ideen und Anregungen sind gerne gesehen Benutzt einfach die Kommentar Funktion im Blog oder den sozialen Netzwerken Mehr Folgen des Podcasts und den dazugehörigen Blog der Landpirat findet ihr auf www.landpirat.de Besucht uns auf in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest und Tumblr Der Podcast der Laufpirat ist auf allen größeren Podcast Plattformen zu finden